Der Ingenieur, Alter, heizt's Maul. Ich bin froh, dass ich zu da war. Spargelterzahn. Alter, der Blick! Was ist das für ein Alien, Alter? Meine rechte Hand ist kaputt, okay? Die ist ziemlich eingeschränkt, in dem, was ich kann. Was macht der für ein Blick? Raucht der? Zigarette oder so? Bizeps. Langer Hals, Alter. Wie der von Lukas. Oder mach ich mal. Giraffe, Alter. Und jetzt müsst ihr euch vorstellen, warte. Das ist, das kommt nicht mehr mit der Zeit. Hals, Nasen, Ohren Arzt. Keine Idee. Ne, das ist auch doof, warte mal. Was ist das für ein Radiergummi? Wir haben... Nein! Kuro! Ach, ich bin behindert, Mann. Also, okay, 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 anders. Mal in weiß, mal in weiß. Wie soll man das denn zeichnen? Ach, du Scheiße. Aber warum sind denn die Bandscheiden am Nacken? Also... Hä? Hä, das war der... Ach, ach, die Bandscheiden sind also nicht im Nacken, Lukas. Ja, im Rücken unten, Junge. Ja, auch im Nacken. Ja, aber das wäre doch... Wer kommt denn bitte auf den Nacken? Also... Das war auch nicht im Nacken, das war die Schulter, du Arsch. Fuck auf, Alter. Das war... Der Hals, Mann. Hättest du am Rücken gedingst und dann noch Schmerzen dahin gemalt? Schmerzen gemalt? Ich bin zu gut in dem Wurzeln. Ja, das war zu easy. Was? Hä? Öhö. Wenn er Farbe macht, wisst ihr es sofort. Haupt... Hast du... So, Hydraulik, Alter. Ja. Das ist ne ganz andere Techn... Jungs. Hä? Was ist das für ein Taxi? Was ist das für ein Sensei? Was ist das für ein Sensei schnitt? Hey, weißt du, aber alle kriegen auch so kurz, weil dann komm ich wieder mit meinem Bandscheiden vor. Schmerzen. Oder Arbeitszimmer. Vorfall. Oh, wie soll ich das jetzt machen? Scheiße. Ach ja. 2 plus 2 ist 4. Minus 1 ist 3. Quick, man. Minus 1 ist 3. Minus 1 ist 3. Ja, was anderes. Nein, das hätte ich anders zeichnen sollen. Oh fuck, ich hab verkackt. Ja, mach weg. Mach neu. Mach neu. Schnell. Nimm das große Radiogummi und hau weg. Äh. Ja, Jungs. Vielleicht das zeichnen, Mann. Ja, streng mich ein bisschen an. Wird schon gehen. Fuck. Nein, Mann. Ich hab nix ein. Wendet. Hey, was? Titi, titi, titi. Hä? Ohne, dass so irgendwas gezeichnet ist. Dann dick doch mal an das Flick davor. Hä? Ja. Kein Plan. Nein, Mann. Mal doch was. Ich mal was. Ich bin kacke. Sorry. Ja. Jawoll. Ich bin wohl irgendwo, irgendwo bin ich nicht reingekommen. Jetzt hab ich's. In irgendein Trend, oder? Jetzt hab ich's. Ja, halt eins. Mal doch, mal doch ne Pistole oder so. Abzu. Abzu. Zu, gell. Inverter. Nee, da komm ich. 100% vorbei. Ja, sowas bin ich total dumm, Mann. 1-2 minus, negativ, ist ein Abzu. Naja, halt dich im Maul jetzt. Ich hab halt schon vorher gesagt, wie scheiß ich denn sowas bin. Ja, geht denn um Fun. Ne, ne, das ist hier Real Rap. Was? Okay, das ist vielleicht ein bisschen krumm geworden. Das sollte eigentlich gerade sein. Du, Waffi. Ja. Ach, wenn man sich jetzt mal auskennen würde in der Szene, ne? Ach, ja. Ja, klar, ich klappe. Voll komisch, ein bisschen gezeichnet, oder? Ja, ist ein bisschen krumm geworden. Länger hättest du noch gekonnt. Ja, ist ein bisschen länger. Ich wollte gerade noch ein Set malen. Katana hat mich noch breit und nicht noch kurz, Mann. Jetzt seid ihr eigentlich schmal lang. Ey, was meinst du mit breit, Alter? Das ist vollkommen... Ey, so breit war das jetzt nicht. Also, die sehen etwas anders aus. Nein. Höchstens länger, aber das war's. Ja. Aber Katana ist... Egal, komm. Ahnungslos. Das ist egal. Der hat auch mal so langes Wort wie ich. Danke, Kuselmann, einer, der mich fragt. Oha, was ist das? Panzer. Wann Panzer? Willst du so langes Wort, oder was? Ah, warte mal hier. Mit mit dem... Artilleriegeschütz, Jungs. Artillerie... Lokomotive. Ähm, ach klar! So war's die Lokomotive, hä? 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 Ich weiß noch nicht, ob es ein Fahrzeug oder ein Tier sein soll. Äh. Was ist mit SZ? Mit SZ. Ach, scheinbar. Wer ist der hier? Mit scharfem S, Alter, keine Ahnung. Keine Ahnung. Ah. Wie viel im Vers ist das? Ach so! Logisch. Hä? Was? Ja, logisch. Es gibt doch... Was könnte denn SZ haben? Keine Ahnung, Alter. Kuro, ey, Kuro, Lukas feste Auto. Ohhhh. Das war so weit weg, also da wäre ich nie drauf gekommen. Wann darf ich mal wieder... Ach so, ich war gerade erst. Wann darf er mal wieder? Das finde ich aber auch, Alter. Okay, Jungs, passt auf, dazu muss ich jetzt mal... Da brauche ich zwei Bilder. Und zwar einmal, einmal so, wenn Lukas... Da habe ich mal... Warte mal. Da komme ich ja nie drauf. Ja, warte, warte, warte. Wenn es um mich geht, Profi, oder? Ja, warte, du wirst, du wirst gleich wissen, was ich meine. Ach, ihr werdet auch gleich wissen. Meine Fresse. Raute 1. Das sieht aus wie so ein Digimon, Alter. Ah, ja, ja. So, und auf der anderen Seite, nochmal für die blöden... Boah, das wüsste ich gleich, als ich... Was steht da? Du? Computer oder so. Bot. Ich weiß es. Egal, das ist vielleicht ein bisschen eckig. Das soll so ein Argomon, glaube ich, sein. Ja, was für ein Argomon, du Affenkopf. Keine Ahnung. Ich kenne seine Videos nicht mal in- und auswendig. Lukas, für welches denn ein Digimon hast du 100M hingelegt? Toy Argomon. Ja, aus was besteht Toy Argomon? Ich habe es geschrieben. Ich habe es... Aber es ging nicht mehr. Oh mein Gott. Seht so aus, als ob der Eximo Fan-Lover, Alter? Ja, so. Wäre es doch mal besser. Wäre es doch mal besser. Ich habe ja gesagt, ich habe mal nur drei Videos von ihm geguckt, habe, und was mit mir so... Den würde ich bannen. Den würde ich bannen. Ja, und halt jetzt das noch. Ja, das mit dem Toy Argomon. Habe ich so gehört, dass... Junge, in echt ist das viel breiter. Und viel länger. Das ist viel mein Spans. Ja, das war schon. Äh? Ja, warte. Büchse. Dose. Von Serien Dose. Das ist auch behindert. Seid ihr Wittelf? Jungs, ihr geht nicht mehr so lang zur Schule, ne? Kann das sein? Wartest du mit... Äh, schon vier Jahre raus. Ich war schon seit drei Jahren nicht mehr in der Schule, Alter. Ja... Seit vier Jahren nicht mehr. Jo. Was ist das denn jetzt, Alter? Ja, meine Tasten sind wieder ein bisschen... Die Hauptsache, diese Rüben-Nase, Alter. Darf ich mit dir nicht mehr zeichnen? Was ist das still? Zylinder. Das habe ich jetzt... Oh. Safe wird jetzt nochmal gegoogelt. Okay, das ist wirklich ein Zylinder. Ich hatte gerade irgendwas. Weiß nicht, ich werde ja auch nur untracken. Ach, fuck. Das ist fuck. Easy. Wow. Ja. Ist voll easy. Instant, Alter. Du viergezeichnet, er weiß das sofort, Alter. Ja, bei drei Buchstaben, Alter. Easy. Ja, warte, ich kann ja noch so machen. Mach nochmal ein paar Special Effects. Special Effects? Okay, jetzt bist du sehr. Ja, wie die es gedacht ist, Alter. Wie die es nicht so macht? Alter, WTF. Ja, Lukas, nimm das Längs. Okay, ich kann ein richtig schweres machen. Nimm das Längs? Ach, komm. Komm, komm. Ach, ja, gut, ich gehe wieder. Ja, Daumen runter. Nicht mal was gezeichnet. In dem blauen Bern kommt ein Bier. Yippie. Wie er bunter es macht, ne? Ach, du Scheiße, Alter. Ich will hier keiner haben, doch mal darf er uns... Mit was für langes Wort. Ja, und Tata kommt mit Landschaft. Computer-Engente. Das hat er verändert. Das hat er verändert. Wahrzeit, Alter. Zehn Runden, ne? Ach, was weiß ich denn? Alter, ich sterbe. Atomkraftwerk, Jo. Bukashi, Mann. Ich werde Atomkraftwerk schreiben. Es sieht halt echt aus wie ein Atomkraftwerk. Ja, soll es glaube ich auch eins sein, aber... Was ist das denn, Alter? Achso! Sorry, aber besser geht nicht, Alter. Ihr seid doch Wichser, ne? Warte! Ach, Kernkraftwerk! Boah! Aber guck mal, Kern... Kernreaktor, ne? Ja, ist halt... Aber ich finde Kernkraftwerk sagt doch einfach keiner so. Ja, stimmt auch. Ja, das ist mein Kreis, zeichnet vorms ab, Alter. Ah, das hatte ich nicht, Jungs. Oho. Ach, ne. Easy. Ja, ja. Schneide Runde. Speedrun. Hä? Ja, ich bin dran! Oh ja, das kann ich zeichnen, das ist einfach. Ja, wie mein Eisblock. Ja, wie mein Eisblock. Oh, wenn ich übersteuere schon wieder, ich hab's gehört. Oh, wobei ihr kennt das wahrscheinlich. Hat die Farbe ne Bedeutung? Scheiße. Muss das diese Farbe haben? Ja, ja. Ja. Also die Augen sind nicht ganz die Farbe, aber auf jeden Fall das äußere. Okay, das sind schon mal Augen, ich dachte das wären Ohren. Aua. Ja, warte. Kann ja gar nicht sein. Keine Ahnung. Ob ich das nicht kenne. Ja, was soll das überhaupt sein? Ah, warte mal. Ich hab's. Dankeschön. Nee, hab ich doch nicht! Ja! Ja! Kann ja gar nicht passen, Alter. Oh, das ist so. Huiiii! Blobber, äh, Flobber oder was? Ähm. Keine Ahnung. Keine Ahnung. Kann man nicht wissen. Kann man nicht wissen? Alle kommen drauf bis auf R. Kann man nicht wissen. Ja, ich kenn das nicht. Ey, ich hab's einfach mal eingegeben, Alter. Ich hab das nie... Ist das ein Spiel, oder? Ja, ja. Das ist von Nintendo. Also ich kenn das Viech, aber ich werde niemals drauf bekommen. So ein Zylinder, Mann. Wieder? Warte, warte. Hä? War gut. Was kann man jetzt machen? Loll, ich wollte schreiben, aber dachte mir, nee, das ist zu lang das Wort. Aber es ist ja einfach genau dasselbe. Also... Nee, du trollst doch jetzt, oder? Hä? Ja, es ist genau das... Juan, hallo? Ich hab's dein Ernst, Tolga! Ach nee, warte. Nein, Tolga. Tolga, Zeich. Äh, Marin. Was ist da los, Marin? AfK oder was? Ja, ich glaub schon. Wenn wir jetzt sehen. Ich glaub, der tut einfach so jetzt, Alter. Ah, sorry. Ich wusste das. Ich war nur AfK. Ach, Jungs, ne? Ja, da ist er wieder. Nee, ne, ich glaub, wenn er nichts saugt... Nee, das kriegt ein random boss. Ja, ja. Der ist einfach gegangen. Das ist Maschine. Hä? Warum geht man denn? Ja, easy. Ja, Lebensmittel, ne? Da hätt's auch mal drauf kommen können, Lukas und Dimes Team. Alter. Da kann man nicht drauf kommen. Da kann man auch nicht drauf kommen. Du weißt, je mehr Leute auf dein Wort drauf kommen, ne, umso mehr Punkte kriegst du. Ja, aber ich will halt auch ein bisschen Challenge machen, so. Ist auch richtig. Falsch. Fack, hab verkackt. Kein leid. Falsche Farbe. Und ich weiß nicht. Hallo. Hi. Wtf, Alter. Meine Treppe hat sich grad einer verabschiedet. Wir chatten die ganze Zeit rein... Oh, fuck, dieser... Das ist ja... Ne, warte mal noch mal... Bin ich behindert?! Nein, fuck! Ich wollt radieren. Oh, Burger. Ach, ich... Oh, ich kann auch nicht schreiben! Aber meine Treiber haben sich grad einfach verabschiedet und alles schwarz wird. Oh, oh, das ist blöd. Das ist natürlich kacke. Ja, das soll eigentlich so ein Kopf sein, aber... Also, ich muss sagen, ich bin drauf gekommen, weil ich mal... also, weil ich gezählt hab. Ich hab die Füße gesehen und dann hab ich Wörter gezählt, also Buchstaben gezählt. Aber ich komm wieder rein, ne? Ja. Oh, Mann. PS! PS Go! Okay. PS Go, achso, ja. Alle meine Punkte sind weg. Ja. Wow. Du hast dir aber Mühe gegeben. Und Martin hat wieder Probleme. Martin, deine Treiber wieder weg? Nein. Du bist jetzt schon so blöd. Die Treiber, scheiße, die Treiber sind wieder weg. Nein, ich kapiere, das konnte nicht versorgt sein. Hä? Wie alt bist du, Junge? Oh. Junge, vier Buchstaben und vier Ringe. What the fuck. Und du bist ein Kerl. Und du fährst Lodi. Nein. Oh mein Gott. Oh mein Gott. Oh mein Gott. Oh. Facebump. Ja, hab ich grad wirklich gemacht. Hat man glaube ich nicht gehört. Hä? Ja, also Jungs, ich sag mal so, links und rechts ist richtig unmöglich. Ich nehm mal das in der Mitte. Manchmal muss man aber auch ein bisschen, manchmal braucht man immer noch ein Challenge. Ja, also wie hätt ich dann Sprache zeichnen sollen, Lukas. Ja, Sprechglase. Fertig. Easy. Oh, du kannst aber auch, du hast so ne richtige Begabung Leute zu malen, ne? Sorry. Du verformte Köpfe, Alter. Hey, die Fresse. Der sieht einfach aus wie euch jetzt. Boah, der ist richtig glücklich, der Typ, Alter. Ich weiß nicht, ich ist einfach am Trink, oder was? Er trägt ne Brille, Jungs, das ist wichtig. Okay. So, dann ist das hier, hier. Ich bin Audi-Fan. So, ich hoffe das funktioniert jetzt, sonst weine ich. Ja, perfekt. Alles rot, ne? Hä? So, und dann hat er hier, und dann macht er so, lalalala, 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 lalalala. Der hat aber ganz schön abgekackt, oder? Die Fresse. Der hat ein bisschen Autismus, und? So, ja. Das soll das allein, Junge. Ein Lehrer, der an die Tafel mahlt, oder sowas? Ja, aber, ja, Lehrer, aber der musste dir hier vorstellen, dann ist uns... So, dann sitzen hier so Leute. Dankeschön. Äh, hallo, ich kann nicht mehr weiter zeigen. Hallo? Ach doch, kann nicht, aber man... Warum ist denn jetzt alles blau? Hallo? Die Frage, was mich halt getriggert hat, ist, wieso ist dieses Blatt oder diese Tafel rot? Ja, weil ich kein Grün gesehen hab, und ich nicht 100 Jahre... Das ist eine Rot-Grün-Schwäche. Und, äh, Gohan sind die Treiber weg? Ne, ne. Okay. Ja, er schreibt das Wort jetzt einfach, oder was? Du bist auch ein Mann. Also, du hast schon verstanden, dass du was zeichnen sollst, oder? Ja, ich muss doch zeichnen, haha. Hä? Wie kannst du das Zeichnen? Hä? Ich bin dahinten. Hä? Wie kann Kuzu das wissen? Wie kann Kuzu das auch so? Hä? 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 Ja, so kann das nicht gehen. Ja, hab nur so getan. Hast du Zelex? Ja. Ach, du kannst ja... Ja, das... Ra! Ach klar, Ra! Ja, naja. Ich eichne und schreiben das selber eigentlich. Ich mag den neuen Avatar von, äh, Gohan. Ja, ich mag... Ja, der hat mich kopiert fast. Ach, willst du dem jetzt unterstellen, dass er ein, äh, Faker ist? Das ist ein random. Wow. Wer ist hier der Faker? Ah ja, schade, alter. Das, 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 äh, ist ein Greis eigentlich. Jaja. Wat? Na, eigentlich, ja. Ich... Ich... Hier hab ich was im Kopf, aber... Wer zeichnet das, ähm... Ja, Dinosaurier... Welter... Also... Das ist ein Hund! Das ist ein Hund! Das ist ein Hund! Was? Das ist ein Dinosaurier, alter! Ja? Das ist ein fucking Dinosaurier, man! Scheiße! Hä? Das... Das ist so ein... Das ist so ein Brach... Brachiosaurus oder so, alter. Ja, der wird vom Kometen getroffen. Äh, weiß ein Wort. Ja, ja, das ist safe ein Brachiosaurus. Ich hab grad gegoogelt. Scheiße! Bin ich behindert? Ja, ich... Ich hab's auch nicht.